Wir beginnen ja zuerst mit den Nassenzutaten sozusagen, was ist einmal die Butter. Die habe ich hier schon geschmolzen und jetzt schon etwas abgefüllt, also die darf nicht mehr heiß sein. Dazu füge ich jetzt noch den Zucker. Das habe ich hier schon abgefüllt. Und das rühre ich jetzt alles um. Und dann füge ich jetzt noch ein ganzes Peck Landelszucker. Dann kommt dazu noch der Vanilleextrakt. Dafür nehme ich zwei Teelöffel. Also dann nehme ich die ganze Kasse hier. Dann füge ich jetzt noch die Milchen zu. Und noch die Eier. Das lau ich immer nach und nach. Dann füge ich jetzt eine Ei. Umrühren. Und das andere. So, das habe ich jetzt alles umrührt. Dann füge ich jetzt noch das Rackpulver hinzu. Und dafür nehme ich ein ganz erstes Rackpulver. Und dann füge ich jetzt noch das Rackpulver hinzu. Und dann füge ich jetzt noch das Rackpulver hinzu. Und dann füge ich jetzt noch die Zuckermischung hinzu. Und rühre das alles umrühren. Dann füge ich jetzt noch die Zuckermischung hinzu. Und dann füge ich jetzt noch die Zuckermischung hinzu. Dann füge ich jetzt direkt den Teig. Und ich habe den Oben schon mal vorgereist. Auf Ober- und Unterhitze bei 220 Grad. Im Teig höre ich jetzt immer so ein bisschen der Hand schnell um. Und dann die Machen für eine Überheizung empfüllen. Das mache ich mit so einem Eiskotzen. Und dann können wir das alles gut machen. Und dann noch reduzieren. Einmal. Das ist gut. Einmal mit. Das ist gut. Ich finde, geht das echt schnell damit. Einfach so. Um eigentlich viel besser durchzusetzen. Wir haben die Sachen gefüllt. Und sind jetzt einfach fast fertig in den Ofen. Und ich habe ja hier noch ein paar Schoko-Bütchen übrig. Und dann noch mal. Dann stelle ich den Ofen runter. Bei 180 bis 190 Grad. Für ungefähr eine Viertelstunde. Aber da muss man auch immer mit dem Stäbchen und der Stäbchenprobe das machen. Weil sie auf gar keinen Fall zu fest sein dürften. Weil dann sind die fast trocken. Das sind meine Muffins frisch aus dem Ofen. Die müssen jetzt natürlich nur abkühlen bis zum Verzehr. Aber ich finde, die sehen schon mal sehr lecker aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die euch genauso gut schmecken wie mir. Und dass das Video euch gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos wie diese sehen wollt. Und gerne bis zum nächsten Mal.